Man kann sich auf YouTube nicht selber abonnieren. Hab ich versucht, geht nicht. Dass man viel taktischer vorgehen kann als mein Vorgänger, finde ich sehr gut. Bei dem Hacken kannst du, denke ich, einen bei den Rechten wählen, auf den du dann eine Chance hast. Liebe Grüße, Fabi. Sarata, kann ich mal mitzicken? Wär geil. Du kannst auch gerne mitzicken, wenn du das möchtest. OMG, das ist ja wieder mal besser als besser. Das ist mir semantisch zu komplex. Sag mal Tomate, mein Pimmel kann Karate. Hi Yu und Lena, habt so geil gerabt. Bitte dreht so ein Video nochmal, bitte. Anfang von Teil 1 und Teil 2 fangen mit... Hallo Leute, ich fange auch bald mit YouTube an und werde Comedy, Pranks etc. hochladen. Mich würde es freuen, wenn ich mich jetzt schon mal abonnieren könnte. Man kann sich auf YouTube nicht selber abonnieren. Hab ich versucht, geht nicht. Wie heißt der Beat mit dem Pfeifen und dem Backpeifen? Du bist beschränkt. Mein Freund hat mir per SMS Schluss gemacht. Sicher hat er es vom Video. Nach den Kackhaufen der Replik. Wer das liest, schaut mal bei mir vor, Bär. Ich mache auch Videos und würde mich unglaublich über jeden Besuch freuen. WechselblinkerTV-Hacktag. Ich kenne jemanden. Ich wohne in Österreich. Und er hat auch und hat euren Märch gekauft. Dieser dolles Hurensohn-Kinder und dieser Simon, der Sohn, ist ein Intel-Untermensch-Perstier-Hühner. Nach dem Video braucht er dich auch garniert wundern, dass er angezeigt und verurteilt wurde. Trashpack, ein Opfer, der mit sieben Jahren geschlagen und mit acht gezüchtigt in der Bundschule wurde, waren zu tun. Deshalb machen haben er ein Schwabbel-Intro. Abonniert euch! Wie gesagt, selber abonnieren geht nicht. Moti? Wo ist Hoti? Ich finde es ziemlich lächerlich. Statt mal Leute einzusperren, die wirklich scheiße bauen, machen die sowas. Deutscher Rechtsstaat halt. Ich wohne in Berghamen, deswegen Oberhausen oder Dortmund. Richtig witziges Video. Ich würde super gerne in Köln auf das Konzert von dir gehen und als Bestrafung für you irgendeinen ekeligen Smoothie mixen. Also einen ekeligen Smoothie würde ich auch noch mixen, lange ich ihn nicht trinken müsste. Alles gut. Du darf Lena schminken und sie misst so zu The Voice of Kids gehen. Das ist voll schminkt. Das ist voll schminkt. Aber du bist cool. Tatsache, Eskay hat die Challenger schon lange gemacht. Hat der ganz alleine im Yacht hingebaut. Petrit hat das schon mal gemelkt, Amk. Apple ist einfach scheiße. Alles dafür ein Apple und ein Ei. Hi Luca, ich bin kein neuer Abonnent. Ich konnte mich nämlich nicht anmelden. Ich finde die Idee mit den Challenges cool, aber es müssten bessere sein. Ich fand die ein bisschen ramdom. I don't see you a problem. Luca, das Problem hatte ich auch. Du musst einfach deinen Roter ausschalten und nach zwei bis drei Minuten wieder an. Den hatten wir schon mal, Werner Pervenis. Aber mindestens einmal schon in dieser Folge. LeFloid, ich finde deine Meinungen unerhört. Schäm dich, jeder sollte nicht das Recht haben, eine Meinung zu haben. Semantisch wieder völlig überfordernd für mich. Hier in Deutschland habe ich auch schon oft genug Zeug in Supermarktcontainern gefunden, das erst in einer Woche abgelaufen wäre. Ist ne riesen Frechheit, sowas wegzuwerfen, wenn es doch mehr als genug Leute gibt, die selbst nicht genug Geld haben, um ihren Kühlschrank zu füllen. Wenn sie denn überhaupt einen Kühlschrank haben. Wie ho können Menschen sein? Vielleicht, Böhmende, gibt's nur Zeugen, die Sonne wird nicht sucht, selbst grob, ermachen. Fehler mit der Tastatur. Caps Lock an ist ein großer Fehler. Muss man sofort einschicken. Ich esse gerade die Tunnelgeburt. Balz 4 Millionen. Du bist echt cool. Schau doch mal bei meinem Viedio vorbei. Ich habe erst mein erstes Viedio oben. Wenn du 10 Arten von schlechten YouTubern machst, dann kannst du mich ja hineinduchen. Die Atombomben fallen, die Menschen verrecken hoffentlich. Wenn die Erde noch steht, wird die Natur in 3000 bis 4000 Jahren wieder normal blühen. Hobby end. Eine E-Mail betrefft, wie ein Jahresgehalt in weniger als einem Monat zu verdienen. Hallo, willst du bis zum Ende des Monats, ohne sich um die Finanzen zu bekommen? Haben sie Träume zu besitzen, ein neues Auto, zahlt sich aus all ihre Rechnung oder sich eine große Reise? Machen sie ihre finanziellen Träume wahr mit unseren erstaunlichen Software. Die Folge ist nicht ganz. Stimmt, da fällt der erste Teil. Puh. Also das ist ja mal ein spannendes Spiel. Nom 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 nom. Mach dich bitte RE6 mit deiner Freundin als LP. Das wird doch voll cool oder ist sie sehr schön. Verkauf Handy. Das Handy ist leider nicht zu sehen, weil ich es im Fotografieren benutzt habe. Das Handy läuft einbandfrei ohne Probleme. Preise kommen von euch, meinte Rezeptien. Geil. Geile Kleinanzeige. Das waren die 82 Rechnerfehler. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Einsendung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, ob es streamen kommt. Das muss ich mal ganz spontan entscheiden. Bis nächste Woche in den Rechnerfehler unter der Woche in einem Slam. Bis dann, macht's gut. Tschüss dir allen.